Die Hauptangeklagten im Prozess um die Brüsseler Terroranschläge von 2016 müssen für viele Jahre ins Gefängnis. Das Schwurgericht in der belgischen Hauptstadt verhängte zum Abschluss des Prozesses lange Haftstrafen. Der belgische Hauptangeklagte Mohamed Abarini muss wegen der Taten mit mehr als 30 Todesopfern 30 Jahre lang ins Gefängnis. Die Urteile gegen sieben weitere Angeklagte reichen bis lebenslang. Gegen den bereits wegen anderer Vergehen verurteilten Franzosen Salah Abdel-Slam sprach das Gericht keine zusätzliche Strafe aus. Bei den Selbstmordanschlägen in der Abfertigungshalle des Brüsseler Flughafens und in der U-Bahn-Station Melbeck wurden damals 32 Menschen getötet, darunter auch eine deutsche. Drei weitere Menschen starben später und wurden ebenfalls als Anschlagsopfer anerkannt. Zudem wurden fast 700 weitere Menschen verletzt. Die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich. Die Angeklagten Abarini und Abdel-Slam waren im vergangenen Jahr bereits wegen ihrer Verwicklung in die Terroranschläge in Paris 2015 zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Drei Angeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Einer von ihnen, Osama Attar, der als Initiator der Pariser und Brüsseler Anschläge gilt, wurde in Abwesenheit verurteilt. Es wird vermutet, dass er in Syrien zu Tode gekommen ist. F Анgen als wir zur Fl brokenheit verurteilt. Fälle 1 Drei Angeklagte 3